Gut, dann freue ich mich auch, Sie herzlich am Tag der offenen Tür begrüßen zu dürfen, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die im Raum sind und natürlich auch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen oder Interessenten, Interessentinnen, die online zugeschaltet sind. Mein Name ist Lisa Gruber, ich werde Sie über die nächsten, ich glaube, guten 50 Minuten über Begleiten zum Thema Self-Empowerment. Wie Sie vielleicht hören können, komme ich ursprünglich aus Salzburg, das bedeutet für Sie, wenn Sie irgendwas nicht verstehen sollten, bitte fragen Sie nach, zögern Sie nicht, ist glaube ich besser, wenn Sie sich denken, ja, das ist nicht so wichtig, dann tun Sie immer nur ein bisschen nicken, dann habe ich so das Gefühl, Sie sind total da und ich fühle mich extrem wertgeschätzt und auch empowert, insofern dürfen Sie mir dabei helfen. Ich habe es so in drei große Teile aufgeteilt. Das eine wird sein, wir werden uns anschauen, was verstehen wir unter Self-Empowerment. Wir werden uns anschauen, was zeichnet eine Person oder einen Menschen aus, die empowert ist und dann habe ich Ihnen ein Potpourri an Übungen mitgebracht, wie Sie in dieses Self-Empowerment gut einsteigen können. Das dürfen Sie dann so sehen wie ein kleines Buffet und Sie nehmen sich nur das runter, was Ihnen schmeckt. Im Idealfall so drei bis fünf Dinge, wo Sie dann am Ende sagen, die werde ich vielleicht ausprobieren wollen oder könnte ich mir vorstellen. Übungen, wo Sie sich denken, nein, auf gar keinen Fall oder das mache ich niemals, die lassen Sie einfach drauf, haben Sie mal gehört und können Sie danach wieder vergessen. Wäre das ein guter Weg? Das Nicken funktioniert schon super. Vielen Dank dafür. Die Interaktion ist ja auch wichtig. Versuchen wir es vielleicht auch gemeinsam. Was könnte man denn unter Self-Empowerment verstehen? Wer hat eine kleine Ahnung? Was? Ja. 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 Voll schön. Voll schön. Siebunden, darf ich noch was ergänzen? Ja. Ja. Ja, klar. Genau. Das kann man gut kombinieren, oder? In dem Moment, wo ich selber gut in meiner Kraft bin oder Self-Empowerment nennt man auch oft Selbstbefähigung, dann habe ich auch einen guten Zugang zu meinen Ressourcen und fühle mich auch stark. Also da haben Sie vollkommen recht. Wer hat noch eine Idee oder wer könnte noch etwas ergänzen dazu? Kurze Überlegung. Sie sind schon auf heißen Spuren, also es ist eigentlich perfekt, würde ich fast sagen. Empowerment selber kommt ursprünglich von Martin Luther King, oder? Das ist, wir befähigen uns, eine Gruppe, die vielleicht aus einer Minderheit besteht, um für die eigenen Rechte einzustehen, oder? Ist auch durch die Frauenrechtsberegelung dann sehr stark geprägt bei uns im Raum. Und heute beschäftigen wir uns mit Self-Empowerment. Das heißt, damit ich mich selber in einen guten Zustand bringe, befähigt bin, in meiner Macht bin, mich stark fühle, um mein Leben gut zu bewältigen. Meine Ausbildung in den verschiedenen Kontexten, in denen ich unterwegs bin, gut sein zu können. Da haben wir schon die Definition beieinander. Super gut. Menschen, die sich empowert fühlen, zeichnen sich dadurch aus, dass sie einerseits sehr klare Ziele haben. Also es sind Menschen, die haben einen Fokus vor Augen, wo sie sagen, das ist das, was ich unbedingt gerne erreichen will, weil wenn ich ein Ziel habe, weiß ich, wo die Reise hingeht. Wenn ich kein Ziel habe, dann kann es sein, dass ich instrumentalisiert werde für die Ziele von anderen Menschen. Was auch in Ordnung ist, ist ja super okay. Nur ich komme wahrscheinlich nicht dorthin, wo ich gerne hin will. Und es geht um ihre persönliche Reiseplanung, zu guter Letzt, oder? Das Zweite ist, Menschen, die sehr stark empowert sind, verfügen über eine hohe Motivation. Eine hohe Motivation bedeutet intrinsisch heraus, ich will, oder? Ich gehe los. Bleiben wir bei der Reise, ich packe meinen Rucksack und gehe auf eine Wanderung und bin am Start und gehe den ersten Schritt und dann den nächsten. Das heißt, ich lasse mich auch nicht abbringen. Natürlich gibt es Blumen und Tiere am Weg und trotzdem verliere ich meinen Fokus nicht aus den Augen. Und das Dritte ist, was Menschen ausmacht, die sehr stark empowert sind, ist, sie haben einen super starken Entrieb, das auch zu tun. Das heißt, nicht nur die Motivation zu haben, sondern auch ins Handeln überzugehen. Machen. Eine Kollegin von mir hat das superschönes Tattoo hier unten. Nicht reden, sondern tun. Das erinnert sie immer daran. Ich meine, ich werde mich jetzt mal vielleicht nicht hier auf den Unterarm tätowieren, aber sie erinnert es darauf, ins Tun reinzukommen und nicht nur in den Gedanken hängen zu bleiben, was man gerne möchte. Beim Self-Empowerment gibt es natürlich eher diese psychologische Richtung im Hintergrund, die man sich anschauen kann, aber es gibt auch dieses physiologische, also die medizinischen Hintergründe, die so da sind. Wenn Sie so zurückschauen, wenn wir so ein bisschen so jetzt schon in die Tools reingehen würden, blicken Sie zurück in Ihre eigene Vergangenheit. Die eigene Vergangenheit ist meistens immer links von Ihnen. Blicken Sie zurück und dann überlegen Sie sich, was waren Situationen in meinem Leben, in denen ich mich stark gefühlt habe, in denen ich mich bemächtigt gefühlt habe, in denen ich mich in meiner Mitte gefühlt habe, in denen ich dieses Gefühl hatte von, das kriege ich hin, oder? Oder das ist das, was es für mich ist. Und wenn Sie dort drinnen sind, könnte man schauen, was hat es denn damals ausgemacht, dass es so war, wie es war. Was war damals anders? Welche Rahmenbedingungen waren vorhanden, damit das möglich war? Welche Menschen waren an mich herum? Was hat mich von meinen Gedanken davon überzeugt, dass ich das hinbekomme? Alles gut, Sie können ruhig vorbeiflitzen. Das stört überhaupt nicht. Das heißt, da könnten wir eine kleine Übung, wenn Sie Lust haben, einsteigen. Die dauert ein bisschen, einige Minuten, aber die wird was helfen. Hätten Sie Lust drauf? Notgedrückt. Ja, und ein klares, lautes Ja auch noch, da sind wir dabei, es gekauft. So, stellen Sie sich mal vor, das ist wie Wurlitzer. Kennt jemand noch Wurlitzer von früher? Also die Älteren von uns kennen Wurlitzer noch ein bisschen, die Jüngeren nicht mehr so. Wurlitzer war so etwas, das war so eine Jukebox, da hat man eingeworfen und dann hat man sich ein Lied aussuchen dürfen. Und wir machen so eine ähnliche Übung, die heißt in der Literatur nicht so, aber es ist eine Mischung aus mehreren Übungen, die nenne ich gerne Wurlitzer-Übung. Und bei dieser Wurlitzer-Übung ist es so, Sie dürfen sich wünschen und wir spielen. Konkret würde es bedeuten, Sie können sich überlegen, was Sie gerne in nächster Zeit brauchen könnten und damit Sie sich empowert fühlen oder was für Sie das auch ausmacht. Gibt es in nächster Zeit vielleicht eine Situation, in der ich sehr mutig sein will? Vielleicht gibt es eine Situation, in der ich Durchhaltevermögen zeigen soll. Gerade bei Ausbildungen muss man halt irgendwie dranbleiben vielleicht. Oder gibt es eine Situation, wo Sie mit Zuversicht reagieren wollen? Eine Situation, mit der Sie mit Gelassenheit reagieren wollen? Sie dürfen sich aussuchen, was auch immer Sie wollen. Spüren Sie mal kurz hin, suchen Sie sich eine Sache aus. Gelassenheit, Geduld, Mut, Zuversicht, Selbstbewusstsein. Und wenn Sie etwas gefunden haben, was Ihnen gefällt, dann gehen Sie bitte in ein Nicken über und ein bisschen wie Wackel-Dackel-Nickeln. Zumindest im Publikum hier zu Hause sehe ich Sie ja nicht, weil wenn Sie so nicken, dann habe ich das Gefühl, Sie haben etwas gefunden. Ja, klar, natürlich. Wollen Sie es benennen? Wollen Sie es benennen? Und wir können natürlich visualisieren, dass wir einen Lotto-Sechser machen und einen Jackpot und so. Ich kann es Ihnen nur nicht garantieren. Und ich arbeite nicht für Lotto. Ja, natürlich, das kann schon mit reinspielen. Das haben wir dann später. Ich bringe Ihnen nachher etwas mit. Da können wir das ein bisschen reinnehmen. Also es wäre eher so etwas, was in Ihrer Macht wäre, oder? Da wären Sie sehr Spurlehrter. Können Sie trotzdem etwas finden? Also würden Sie etwas finden für sich, wo Sie sagen, das wäre etwas? Sind wir noch einmal überlegen? Die anderen bleiben bei dem dran, was sie haben natürlich, nicht vergessen. Sehr gut. Voll fein. Danke. So. Jetzt hätte ich bitte gerne, dass Sie an das denken, was Sie gerne haben wollen, oder? Und wenn Sie so an das denken, spüren Sie mal die Beine am Boden. Ihre Oberschenkel auf der Unterlage, Ihren Hintern, Ihren Rücken vielleicht an der Lehne und spüren Sie, wie Ihr Atem von selber kommt und geht. Kommt und geht. Wenn Sie an die Fähigkeit oder Fertigkeit denken, die Sie gerne haben wollen, schauen Sie mal, welche Farbe taucht auf. Dann würde ich Sie bitten, dass Sie mit dem Gefühl der Farbe in die Vergangenheit schauen, und schauen, in welcher Situation in Ihrer Vergangenheit Sie schon einmal dieses Gefühl, diese Fertigkeit, diese Fähigkeit schon ein bisschen hatten. Also ich war schon ein bisschen mutig. Ich war schon zuversichtlich. In der Situation war ich schon sehr gelassen, je nachdem, was es für Sie ist. Falls mehrere Situationen auftauchen sollten, dann entscheiden Sie sich für eine Situation, das wird die richtige sein. Gut. Wieder so ein kurzes Nicken vielleicht im Publikum, was Sie haben. Sehr gut. Dann würde ich Sie bitten, dass Sie in diese Situation von damals noch einmal einsteigen. Wer war damals dabei? Waren Sie vielleicht alleine? Waren Sie mit Menschen? Vielleicht war es auch ganz anders. Was können Sie sehen? Was nehmen Sie wahr? Hören Sie hin. Vielleicht ist es leise. Vielleicht ist es Standing Ovations und tobender Applaus. Vielleicht ist es auch etwas ganz anderes. Konzentrieren Sie sich auf Ihren Körper. Wie sitzen Sie? Wie stehen Sie? Oder sind Sie vielleicht in Bewegung? Genau. Was können Sie riechen? Was können Sie vielleicht auch schmecken? Und wenn Sie so ganz in der Situation von damals wieder angekommen sind, würde ich Sie bitten, dass Sie schauen, angenommen, Sie würden es wo in Ihrem Körper verorten. Das heißt, eine Stelle am Körper finden, wo Sie dieses Gefühl, diese Fertigkeit, diese Fähigkeit wahrnehmen könnten. Am Kopf, beim Herzen, im Bauch, auf den Füßen, wo auch immer es ist. Schauen Sie mal hin, welcher Körperteil da auftauchen würde. Und wenn es Ihnen möglich ist, legen Sie die Hand auf das Körperteil. Außer es ist unbequem. Dann lassen Sie es. Sie können es dann auch, wenn Sie es wollen, dann auch wieder runternehmen, wenn es für Sie angenehmer ist. Und jetzt würde ich Sie bitten, dass Sie diese Farbe, die vorher aufgetaucht ist, wie bei einer magischen Fernbedienung ein bisschen intensivieren. Damit drehen Sie diese Fertigkeit hoch, so hoch, bis Sie sagen, es passt so für mich. Ein Bild ist oft auch, Sie lassen von der Stelle in Ihrem Körper, wo Sie das empfinden, lassen Sie das Gefühl ausbreiten. Wie in dieser DAF-Werbung vor einigen Jahren, so diese Body Milk, wo man sich dann reingelegt hat, so ungefähr. Das ist so mein Bild. Genau. Sie können bei dieser magischen Fernbedienung noch ein bisschen drehen oder lauter oder intensiver machen, sodass es für Sie genau richtig ist. sehr gut. Und wenn Sie das Gefühl haben, dass es so für Sie passt, die Stärke, die Intensität, dann würde ich Sie einladen, dass Sie dreimal tief ein- und ausatmen. ein- und ausatmen. Das ist das Gefühl, dass es so da ist, wie Sie es haben wollen. Und jetzt würde ich Sie einladen, dass Sie sich eine Situation in der Zukunft vorstellen. Eine Situation in der Zukunft, in der Sie genau diese Fähigkeit oder Fertigkeit gut brauchen können. Und wenn Sie eine Situation gefunden haben, nicken Sie wieder ganz kurz. Ich weiß, aber dann hole ich sie halt besser ab und das Tempo passt. Sehr gut. Und jetzt machen Sie Folgendes. Sie stellen sich die zukünftige Situation vor. Es wird genau so laufen, wie Sie es sich vorstellen. Es klappt wie am Schnürchen. Eines greift ins andere. Sie sind extrem eloquent. Sie können mit allen umgehen. Sie spüren sich. Sie spüren ihre Kraft. Sie fühlen sich mächtig. Sie sind genau dort, wo Sie sein wollen. Es läuft ideal. Genau. Dann lassen Sie diese Situation vom inneren Auge wie ein Film abspielen. Genau. sehr gut. Noch oben auf einer Metaebene oder die systemtheoretischen Kollegen würden sagen, die Kybernetik erster Ordnung, sie gehen in die Büroobachtung oder in die Extinktion. Egal. Bevor wir das mit Fachvokabular gehen, sie auf eine Metaebene, Adlerperspektive. Und dann schauen Sie drauf. Und schauen einfach, welche Gefühle hochkommen. Vielleicht kommt Stolz. Das habe ich gut gemacht. Welche Form oder welches Symbol taucht auf, was dazu passen könnte? Welches Wort, welche Musik, welcher Slogan könnte vielleicht dazu passen? Welche Körperbewegung passt dazu? Und angenommen, es gibt einen Geruch und oder einen Geschmack, welcher würde dazu passen? Und dann lassen Sie langsam diese zukünftige Erinnerung ein wenig verblassen. mit der Gewissheit, dass es Ihre Erinnerung ist. Die nimmt Ihnen niemanden jemals wieder weg. Und Sie kommen langsam mit Ihrer Aufmerksamkeit wieder zurück in den Raum. In hier und jetzt. Genau. Sie können sich auch ein bisschen strecken. durchatmen. Was auch immer sich gut anfühlt. Die Schultern ein bisschen kreisen lassen. Genau. Jetzt würde ich Sie bitten, dass Sie sich aufschreiben, auch zu Hause, welche Farbe aufgetaucht ist. Genau, man kann sein Handy reinschreiben, das funktioniert auch. Welche Form vielleicht oder welches Symbol dass Sie sich aufschreiben, falls ein Klang, ein Wort, eine Melodie, ein Slogan aufgetaucht ist, dass Sie die T's aufschreiben. Dass Sie sich aufschreiben, welche Körperhaltung Sie hatten. Bin ich gelaufen? Also das tue ich eher selten. bin ich eher gesessen im Yogisitz. Das tue ich auch eher selten. Und wo an Ihrem Körper haben Sie es wahrgenommen, oder? Und dann noch, welcher Geruch oder Geschmack vielleicht aufgetaucht ist. Es ist nicht nötig, dass bei allem etwas auftaucht. Es ist nur gut, wenn bei einem etwas auftaucht. Bei Ihnen zu Hause kann ich leider nicht so in Interaktion gehen. Hier im Raum ist bei Ihnen etwas aufgetaucht, bei jedem von Ihnen. So ein kurzer schauen. Ja, 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 sehr gut. Das, was wir gemacht haben, sind jetzt Ihre Trigger für die Zukunft. Ein Trigger ist ein Auslöser, wie so ein Knopf. Und wir haben sowas gebastelt wie ein Referenzerlebnis in der Zukunft. Und die gute Nachricht ist, sehr gute Nachricht. Unser Gehirn kann nicht unterscheiden, ob wir uns etwas nur vorstellen oder ob wir es wirklich erlebt haben. Das heißt, was gebastelt wird, ist eine neuronale Verbindung, Gedächtnisspur, oder? Die ist jetzt aber noch sehr klein. Aber so ein zartes Pflänzchen und das darf wachsen. Das heißt, Sie können nichts verlieren, Sie können nur gewinnen und Sie könnten sich jetzt überlegen in der nächsten Zeit, in den nächsten zwei Wochen, in welchen Situationen Sie noch einmal an diese Farbe, diese Form, das Symbol, das Wort, den Geruch, den Geschmack, die Bewegung, alles Mögliche, was gekommen ist, sich herholen und in welcher Situation es für Sie praktisch wäre. Vielleicht wenn Sie duschen, Zähne putzen, den Geschirrspüler einräumen, ich versuche alles so Dinge zu nehmen, wo man gut einmal nachdenken kann, aber Sie dürfen es auch machen, wenn Sie einfach innehalten während des Tages, also wann auch immer für Sie der richtige Zeitpunkt ist, versuchen Sie es. Was passiert ist, Sie bauen eine dickere neuronale Verbindung, das heißt, dieser Datenstrang wird fester und fester und das ist so etwas, wenn man das übt und ich schwöre, wenn Sie das wirklich üben, wird das so sein, dass wenn die neuronale Verbindung dick genug ist, dass Sie es sogar in Stresssituationen herholen können. Dann denken Sie an Ihre Farbe und es kommt das Gefühl von Gelassenheit oder was auch immer Sie sich beim Wurlitzer gewünscht haben. Das heißt, das ist ein sehr veritables Tool, das Sie ständig hernehmen können, oder? Und dadurch, dass Sie eine zukünftige Erinnerung geschaffen haben, haben Sie für sich ein Referenzerlebnis geschaffen, auf das Sie stets zurückgreifen können. Da kann sich Ihr Körper daran erinnern, wie es denn war. Das machen Spitzensportler auch. Also das ist nicht nur, das klingt jetzt ein bisschen schräg, das ist nicht nur hier bei uns oder so, sondern Sie können das überall sehen, oder? Gerade im Bereich Mentaltraining wird das sehr oft verwendet. Sehr gut. Sind Fragen bisher her aufgetaucht? Wollen Sie etwas teilen mit uns? Ja, voll gerne. Passt. Super in Ordnung. Super in Ordnung. Es soll nur für sich stimmig sein. Und wenn sich die Farbe in einem Regenbogen verändert und dann doch wieder in einer Farbe landet, schön, haben Sie die breite Wahl des Regenbogens. Also es ist super in Ordnung. Bei wem hat es dann recht gut funktioniert? Oh yeah! Uh, das ist gut. Das ist mehr als ein Drittel. Ich hoffe, dass es bei Ihnen zu Hause auch geklappt hat. Wenn nicht, Sie können ja immer wieder ein bisschen nachschauen. Sehr gut. Das heißt, Sie könnten jetzt hergehen und könnten schauen, was sind Dinge, die ich gut brauchen kann in meinem Leben, oder? Wo habe ich die schon mal erlebt, in welchem Zusammenhang? Und die dann wieder zu aktivieren und hervorzuholen. Das nennt man so Ressourcen aktivieren oder Ressourcen nachheben. Das ist etwas super Schönes. Sie kennen das ein bisschen, oder? Ja, klar. Ja, voll schön. Das wäre eine Möglichkeit, wie es gehen könnte. Was Sie schauen könnten auch, wäre, in welchen Situationen in meiner Vergangenheit habe ich Rot erlebt? Und was war in diesen Situationen anders? Das nennt man in der Systemtheorie Unterschiedsbildung. Wenn ich den Unterschied herausarbeite, was die Ausnahme von der Regel war, wo ich einen Zugang gehabt habe zu meinen Ressourcen, dann kann ich mir dann im nächsten Step überlegen, einen Schritt weiter, wie kann ich die Ausnahme zur Regel machen? Das heißt, ich fantasiere, ich habe keine Ahnung, was das war. Rot. Da fühle ich mich mutig, wäre jetzt meine Assoziation. Ah, das war sogar vielleicht auch gut. Kraft. Okay, da fühle ich mich kräftig, oder? Und dann schaue ich mir, in welchen Situationen kann ich gut zu meiner Kraft kommen, oder? Okay, das ist, wenn ich zu Hause bin an einem bestimmten Ort, da fühle ich mich sehr wohl. Das kann sein, wenn ich mit Freunden unterwegs bin und wir haben super anregende Gespräche. Das kann sein, wenn ich meditiere, unterschiedlichste Möglichkeiten, dann würde ich sagen, okay, das heißt, das ist da anders. Und dann könnte ich sagen, wenn ich meditiere, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Rot auftaucht. Und so kriegt man wieder einen Zugang dazu. Und wenn Sie zum Beispiel mal in einer Situation sind, in der Sie etwas brauchen, dann ist die Frage, ich bin jetzt voll krankig, und ich denke mir, wenn ich es schaffe, zu denken, und auf eine Mitte Ebene zu gehen, was ja nicht immer möglich ist, wenn ich es aber schaffen würde, dann könnte ich sagen, okay, was möchte ich stattdessen? Was möchte ich statt dem Granteln? Im Wienerischen sagt man Granteln. Und dann kann ich sagen, okay, ich möchte mich stark fühlen, ich möchte mich mutig fühlen, ich möchte mich kräftig fühlen. Und dann kann man sagen, okay, ich steige wieder bewusst in diese Kraft ein. Das ist etwas, was eigentlich sehr gut funktioniert. Ich mache das ganz oft in der Begleitung von Menschen. Und ich bin ja so hundertprozentig bei Ihnen, ich glaube, dass die Ressourcen in allen Menschen vorhanden sind. Ich glaube nur, dass sie durch eine Begleitung vielleicht manchmal gehoben werden können, oder? Weil der Weg gerade ein bisschen verschüttet ist, oder ich muss zuerst was wegräumen, oder was auch immer. Genau, und so kann man das ganz gut machen. Voll schön. Ja, stimmt total. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Würde es für Sie passen, wenn wir so ein paar Tools einfach ausprobieren? Macht Ihnen das Freude? Weil ich glaube, da hätten Sie irgendwie am meisten Möglichkeiten, das dann auch in der Umsetzung zu haben. Sie dürfen natürlich jederzeit auch Fragen stellen und so, also das ist kein Thema. Das gilt natürlich auch für die Kollegen von Online. Aber die Kollegin wird dann winkeln und wird dann die Frage einwerfen. Also sie sind auch super willkommen, etwas zu fragen. Gut. Weil in der Vorbereitung für den Impulsvortrag habe ich mir halt Gedanken gemacht, was bringe ich Ihnen mit, oder? Und was will ich, dass Sie einfach mitnehmen, nachher im Nachhinein? Und ich habe halt einfach eingebockt, Tools, die ich in meiner Praxis ganz viel anwende. und die auch in Ausbildungen zum Zug kommen beziehungsweise auch in der Begleitung von Menschen und bei mir selber auch. Also jede dieser Übungen habe ich selber ausprobiert, sonst würde ich es nicht empfehlen. Das nächste Tool ist viel was Kürzeres, da müssen Sie nicht gleich was machen, Sie dürfen und müssen nicht. Sind Sie lieb mit sich selbst? Ja, ja, Selbstfürsorge ist ein Thema hin und wieder. Das heißt, schauen Sie, wie es Ihnen mit den Erwartungen geht manchmal, mit Ihren eigenen Antreibern, wenn Sie dieses Gefühl haben, ich muss perfekt sein, es muss blitzen bei mir im Haus oder was auch immer das ist oder fühlt sich jemand sehr schwer getroffen da hinten und gesehen und erkannt, Sie lächeln nur noch, die zwei Damen. Wenn das so irgendwas ist, dann schauen Sie einfach so, hä, runterkommen, Winnicott hat gesagt, being a good mother is enough. Also 80% sind echt weit genug. Da gibt es auch dieses Pareto-Prinzip, oder? 80-20, man braucht für 80% vom Workload 20% der Zeit und diese letzten 20%, bis es perfekt ist, brauchen Sie 80% der Zeit. das ist irgendwie eine schlechte Energiebilanz. Also sagen Sie sich, wann ist es für mich gut genug? Überdenken Sie es vielleicht noch einmal, oder? Also dieses liebevoll mit sich selber zu sein, ist manchmal tricky. Ich glaube, dass ganz viele Menschen sehr liebevoll mit der Umgebung sein können. Das ist überhaupt nicht tragisch, das ist super in Ordnung und bei sich selber hat man so einen Anspruch und man denkt sich so, holen Sie den Anspruch vom Sessel runter. Es reicht, es ist wirklich genug. Also das ist so etwas. Also sind Sie lieb mit sich selber. Sollen wir gleich beim Selfcare bleiben? Würde da noch dazu passen, ein bisschen. Selfcare kann auch sein, gönnen Sie sich Dinge, oder? Beschenken Sie sich hin und wieder selbst. Kaufen Sie sich vielleicht ein bisschen teurere Schokolade, wenn Sie schon einmal Schokolade essen. Es gibt Menschen, die mögen keine Schokolade, habe ich auch gehört, konnte ich mir nicht vorstellen, aber es gibt sie. Du auch nicht, oder Sie auch nicht, Entschuldigen Sie, der dahinter, der Kollege, keine Schokolade? Echt? Bringt Ihnen keine Freude? Das hätte ich auch gerne. Ich sage es Ihnen. Da wäre ich ja glatt ein bisschen gesünder im Leben. Gut, vielleicht weniger glücklich, weiß ich nicht, müsste ich mir noch überlegen. Das heißt, schauen Sie einfach, dann tun Sie was anderes Gutes für sich. In einer Form von gehen Sie vielleicht ausgiebig duschen, mit irgendeinem Duschgel, was Ihnen Freude bereitet. Gehen Sie mit Freunden auf einen Kaffee, Tee oder Bier oder eine Tiarete oder was auch immer das ist. So in die Richtung. Schauen Sie immer wieder, dass Sie regelmäßig gut für sich sorgen. Bei mir wäre es dann immer an der Zeit, dass ich zur Maniküre gehe und zur Pediküre und dann lasse ich immer meinen Partner zahlen, weil er soll was Gutes für mich tun. Dann macht es doppelt so viel Spaß, habe ich das Gefühl. Aber es können Kleinigkeiten sein, die man heute in den Tag einbauen kann. Und der Selfcare würde auch fallen, sich Freiräume während des Tages zu schaffen. So kleine Inseln. Wenn ich weiß, dass ein Tag für mich anstrengend wird, überlege ich mir vorher in der Früh, wie kann ich Inseln einbauen und wie will ich sie gestalten. Rufe ich eine Kollegin an und sage, oh Gott, weißt du, was mir passiert ist? Oder gehe ich auf einen leckeren Café? Es gibt Menschen, die gehen raus, machen eine Runde um den Block, frische Luft, funktioniert auch. Was auch immer es ist, bauen Sie sich diese Inseln ganz bewusst ein und sagen Sie, nach guten eineinhalb, zwei Stunden ist für mich ein guter Zeitpunkt, in diese Insel einzutauchen, in diesen Freiraum zu genießen, oder? Und dann kann ich wieder konzentriert weiter tun. Das sind auch so Sachen, die könnte man ganz gut denken. Ein ganz lieber Kollege von Ihnen hat seine Lieblingsübungen gezeigt, das ist seine Zehn-Finger-Übung, die nimmt er super gerne her, jetzt hätte ich fast gesagt brutal gerne her, aber wenn das live übertragen wird, soll man aufpassen mit dem Wording, die verwendet er sehr, sehr gerne, wenn er so ein bisschen Panik schiebt, also noch nicht pathologisch oder so irgendwas, aber wenn er einfach Stress hat und dann hast du das Gefühl von, ich bin total überfordert. Dann geht er her und sagt, Sie können gerne mitmachen, wenn Sie wollen, er geht her und sagt, erzählt nur die Finger und berührt sie. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Dadurch ist er seines Erachtens auch wieder gut im Hier und Jetzt, oder? Er spürt sich wieder, er hat gezählt, er ist weg von den Gedanken, die er vorher gehabt hat und kann dann wieder runterkommen. Ich habe gesagt, die nehme ich auf jeden Fall mit. Ich habe gesagt, die klaue ich von dir. Achso, sie wollten nichts, sie haben da weitergezählt. Mehr als zehn sollten es nicht werden. Und der Zehner Raum zehn ist tricky, tricky. Der Sprung von einer auf die zweite hat mich viel Zeit gekostet. Gut, also diese Fingerübung ist total nett. Was auch sehr schön funktioniert, sind sämtliche Formen von Atemübungen. Wer von Ihnen hat denn sehr gute Erfahrungen mit Atemübungen gemacht? Da gehen die Arme hoch, voll super. Okay, wollen Sie erzählen, was Ihre Kollegin macht? Ja? Schön. Ach so. Okay. Das ist gut. Wir wollen auch entspannt sein, oder? Sehr, sehr gut. In dem Fall würde ich sagen, wir schauen, da sind nur die Hände hochgegangen. Im Haus ist es ja sehr einfach für die internen Kollegen und Kolleginnen, sobald man den Namen hat, ist es recht einfach. Die E-Mail-Adresse und die Kontaktdaten, dann kann man schreiben, ich habe dich immer so entspannt erlebt, wie wäre es? Könntest du mir verraten, welche Atemübungen du machst, dann hast du sie sicher auch. Welche sind bei Ihnen, sind ja auch nur die Hände hochgegangen. Wer möchte starten? Genau. Bei der Atmung ist es so dieses Tiefdurchatmen, was ich Ihnen super gut, oder? Das ist dann ein bewusstes Atmen, was wir vorhin auch gemacht haben. Das habe ich schon mal in einem anderen Webinar gemacht. Mein Bild ist, stellen Sie sich einen Luftballon vor im Bauch und wenn Sie einatmen, durch die Nase, blasen Sie diesen Luftballon auf. Schaut nicht schick aus, aber ist egal. Dann warten Sie ganz kurz und dann lassen Sie ihn wieder ausblasen. Einen Ticken länger, als Sie eingeatmet haben. Da gibt es auch die 3-5-7-Übung, also beim Einatmen bis 3 zählen, bis 5 zählen, warten, den Atem anhalten und bis 7 zählen und ausatmen. Das ist auch so ein kleiner Hinweis. Und dann machen Sie es ein paar Mal dadurch, es gewährleistet, dass Sie tatsächlich in eine Bauchatmung kommen. Weil wenn wir Stress haben, atmen wir sehr gerne hier oben. Brustatmung. Und das wollen wir eigentlich vermeiden. ein super gutes Tool. Perfekt. Voll, voll gut. Das ist mega kompetent hier. Was ist Ihnen noch eingefallen? Ja? Ja. Ja, es gibt auch so, ich weiß nicht, ob das die Lippenbremse ist, da müssen wir mal schauen. Ich wollte es jetzt nicht machen, weil wir hier ja aufgezeichnet werden. Aber das ist so, dieses Ich werde bezahlt für das, dass ich mich hier zum Deppen mache. Also ist das okay. Das heißt so, ausatmen, 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 bis nichts mehr geht. Auch dann noch einmal kurz warten, wenn es möglich ist und erst dann wieder einatmen. Im Yoga spricht man, glaube ich, von Pranayama. Aber bitte nageln Sie mich fest, weil wir haben sehr viele Yoga- und Jogi-Experten bei uns im Haus, deswegen muss man da was laufen lassen. Ich finde es nicht, leider Gottes. Beim Atmen, vielleicht hilft dir das auch noch so ein bisschen, beim Atmen sagt man, wenn man, da ist zwölf so der Marker, wenn Sie unter zwölfmal in einer Minute atmen, wird der sogenannte Parasympathikus aktiviert. Der Parasympathikus und der Parasympathikus und der sogenannte Vagusnerv, das ist der Ruhenerv, die verlaufen in unserem Körper. Und der Parasympathikus, das parasympathische System, ist unser Entschleuniger. Wir kommen runter. Wir kommen in einer Form von Tiefenentspannung. Und der Sympathikus, das ist, wenn man mehr als zwölfmal in einer Minute atmet. Okay, Silvesterwald. Holotropes Atmen. Nein, das ist der Aktivierer, oder? Da kommt Energie. Gehen wir, gehen wir, gehen wir. Und der Vagusnerv ist im Prinzip, das können Sie sich vorstellen wie Ihr Bauchhirn. Das geht bottom up, das mit Stränge ist, wirklich ist der Bauch, oder? Verbunden mit dem Gehirn und die sind im Austausch miteinander und das ist so, wo man sagen kann, da kommt man auch total runter, oder? Beziehungsweise der vermittelt auch ganz viel. Und wenn Sie weniger als zwölfmal, ich mache das oft mit Kindern oder auch mit Kunden oder Kundinnen, die bei mir sind, wir gehen bewusst her, nehmen das Handy her und sagen, wir versuchen so wenig oft zu atmen, wie es geht. Die schaffen das dreimal in der Minute nur. Ja, weil das geht, konzentrieren Sie sich und dann kommen Sie wirklich gut runter und kommen an. Weil bei einer Minute hat man auch gewährleistet, dass das lange genug war oder so und da sind Sie immer alle total stolz. Dann gibt es ein High Five und dann sind Sie immer das ist immer ganz lässig. Genau, das ist auch etwas Schönes, beim Atmen. Beim Atmen ist so ziemlich alles erlaubt, was Ihnen einfallen würde. Es gibt auch noch die Wechsleratmung, das funktioniert auch ganz gut, oder? Sie atmen durch ein Nasenloch ein. Ich hoffe, man versteht mich noch. Ja, nein, vielleicht, habe ich Angst. Doch, doch, ich kriege ein Okay. Passt. Sie ist sich nicht sicher gewesen, Sie haben heute mal den Kopf höher aufgehoben, aber so geht es ja auch. Also, Sie atmen durch die Nase ein. Sie halten wieder. Sie wechseln das Nasenloch und atmen aus. Durch diese Zirkularität kriegt man auch sehr gute Energie. Also, es ist super schön. Beim Atmen, ich glaube, da brauchen Sie nur, da können Sie sich auch schlau googeln, um ehrlich zu sein, es gibt fürs Atmen so viele Anleitungen und Sie schauen einfach, was für Sie sich in dem Moment am stimmigsten anfühlt oder wo es Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit hinzieht. Sehr gut. Noch Ideen zum Thema Atmen? Nein? Ja, voll gerne. Oh, schlürftig. Ja. 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 Ich modelliere nur die Kollegin, die da sitzt, weil sie können sie ja nicht sehen. Sie sieht noch besser aus dabei als ich, aber ich will sie nicht auf die Bühne bitten. Sie können schon, wenn Sie wollen, aber ich glaube, das muss. Das ist dann so. Ja, voll gut, voll, voll gut. Also gibt es ganz viel Schanz, was sie da irgendwie anspricht oder so. Das geht ganz gut. Ich schaue mal ganz kurz auf die Bühne. Wir haben noch Zeit, wir sind ja gerade unterwegs. Ich habe noch so viel, was ich Ihnen sagen will. Ich habe noch ein bisschen was mitgebracht, dass es sich gut ausgeht. Wir haben vorhin gesprochen wegen dem Geldsegen. Was bei Ihnen noch einmal ganz kurz? Geldsegen oder Geldfluss oder Geld kommt zu mir. Bin ich dabei? Sie können mit positiven Affirmationen arbeiten. Positive Affirmationen funktionieren wie Self-Talks. Sie stellen sich vor den Spiegel vielleicht auch noch, dann verstärkt es das noch. Aber Sie können es auch einfach so für sich festhalten. Affirmationen sind dann wie so kleine Mantras, die sich runtersagen. Also wenn mir jetzt mit Geld, was mir spontan einfallen würde, wäre, ich lebe in Fülle und Geld fließt zu mir. Also das war's, also die Miete ist bezahlt worden, die Miete ist bezahlt worden. Weiß ich nicht, aber das ist so, will ich doch selber machen. Es geht doch um Self-Empowerment. Ich will niemandem, der mir die Miete zahlt, ich will, dass das Geld zu mir fließt und ich zahle mir die Miete selber. So schaut's aus. Nein, nein, ich weiß schon, aber genau. Genau. Voll schön. Genau. Also das würde mir zum Beispiel einfallen. Oder eine schöne Affirmation, mit der ich jetzt vor dem Sommer gearbeitet war. Ich bin geliebt und getragen. Also mit der arbeite ich gerade im Moment bei mir selber ganz viel und ich finde es super schön. Und ich habe einfach so, in der Früh, wenn ich aufstehe, oder, dann tue ich noch ein bisschen meditieren und dann kommt einfach auch diese Affirmation, ich bin geliebt und getragen. Ja, aber Gedanken sind voll mächtig, oder? Also Sie können so viel beeinflussen mit so einfachen, ganz einfachen Übungen, oder? Die aber dann auch wirklich nachhaltig sind, wenn Sie sich das trauen, auch rauszuprobieren. Können Sie ein bisschen googeln, Affirmationen, finden Sie total viele schöne Vorschläge, müssen Sie kreativ sein oder selber erfinden. Ja, bitte, voll gerne. Ja. 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 Schön. Voll gut. Also voll gut. Also sehen Sie, alles ist möglich. Jetzt lachen Sie nicht, das ist jetzt konkret passiert. Ich bin mit dem Gerald Eichinger im Interior Design Lehrgang. Also Gerald ist ein super Kollege, Architektenkollege. Und eine Teilnehmerin letztes Jahr, die hat irgendwie Geld gebraucht, oder? Die hat tatsächlich, die macht Yoga, die hat total viel. Und Geld wird kommen, Geld wird kommen, so ungefähr. Die hat dann tatsächlich gewonnen. Ich glaube, das war, ich will jetzt nicht lügen, es waren schon 40.000 Euro oder so. Das war schon nice. Also ich habe es wahrscheinlich noch nicht intensiv genug probiert, aber Sie sind eingeladen. Ja, natürlich. Ja, voll schön. Voll, voll schön. Das heißt, Sie können ja mit Steps beginnen, wie ich bin geliebt und getragen. Und können das ja ausweiten auf das, was bei Ihnen halt gerade so die Themen sind, wo Sie sagen, da kann ich einfach noch ein bisschen dran arbeiten. Ein Punkt wäre noch, Selbstlob stimmt. Das heißt, anerkennen, loben und wertschätzen Sie sich selber für Dinge, die Sie gut gemacht haben. Feiern Sie sich ab, ohne Ende. Es wird nicht immer jemand von außen machen, tun Sie es selber. Das Bild dazu ist, die Welt im Außen ist der Shake und ich bin die Kirsche auf der Sahne. Die Sahne auf der Kirsche? Kirsche auf der Sahne? Kirsche auf der Sahne. So stimmt es. Verstehen Sie, was ich meine? Also ich mache die Sachen lieber selber, das wäre eben dieses Self-Empowerment, als zu warten, dass jemand das von außen tut oder so. Das ist viel, viel netter. Sehr gut. Jetzt schaue ich, damit ich bin. Ein weiterer Tipp oder ein Tool wäre, Verantwortung zu übernehmen. Also Verantwortung übernehmen heißt auch, ich entscheide, oder? Ich lasse nicht Dinge passieren, sondern ich entscheide, etwas zu machen. Das ist etwas, was sehr gut funktioniert auch. Etwas anderes, was auch noch so in die Richtung geht, ist einfach, nehmen Sie Komplimente an, die auch von außen kommen sollten. Also versuchen Sie, Ihr Herz vielleicht zu öffnen und gut hinzuhören und genießen Sie es. Viele von uns machen so, ja, 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 das kann nicht jeder. Nein, Sie haben es jetzt gemacht und jemand anders hat es bemerkt. Genießen Sie es. Voll schön. Eine Sache, die ich euch noch mitgeben möchte, ist Akzeptanz. Akzeptiert Dinge, die Sie nicht verändern können. Und versucht euch dann innerhalb des Rahmens, das Möglichen frei zu bewegen und sich nicht aufzureiben an Dingen, auf die man keinen Einfluss hat. Das ist voll schade, oder? Weil dann geht so viel Energie einfach verloren. Das muss ich überlegen, weil ich darf nicht mehr so lange. Wie lange darf ich denn noch? Fünf Minuten darf ich noch? Okay, wir nutzen die fünf Minuten. Aber ich rede nicht schneller. Es soll trotzdem noch verstanden werden. Aber dann zeige ich Ihnen einfach, wenn Sie Lust haben, noch ein paar Tools. Und Sie können sich halt auch suchen, was Sie mitnehmen wollen. Eine Geschichte, die mir sehr gut gefällt, ist... Die Teilnehmer und Teilnehmer haben gelacht heute am Vormittag. Ich habe zu Ihnen gesagt, Sie sollen Ihre Katze und Ihren Hund streicheln. Hat jemand eine Idee, woher das kommt? Und was löst Berührung aus? Oxytocin, genau. Perfekt. Voll gut. Genau. 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 Ein kleiner Tipp ist, nehmen Sie Ihre Haustiere, wenn Sie wollen. Katze, Hund oder lächeln Sie den Hund vom Nachbarn aus. Es geht auch der Partner oder die Partnerin. Ich glaube, für Eltern sind wir schon ein bisschen zu alt. Zumindest in der Nähe. So in die Richtung, dass man einfach sagt, kuscheln Sie sich an jemanden runter oder streicheln Sie jemanden. Es ist in der Tierforschung, beziehungsweise in der tiergestützten Therapie, ist es gut nachgewiesen. Sie wissen nur nicht, was wirkt. Und wahrscheinlich ist es das Oxytocin, dass es den Bruttenstoff auslöst und man kommt wieder runter. Genau. Genau. Ja, meine Katzen müssen auch manchmal dran glauben. Aber sie mögen das eh meistens ganz gerne. Ja, das ist schon okay. Das ist beides, oder? Das ist beides, was da ist. Ich würde gerne das Powerposen noch reinholen. Von Kaddi. Das ist eh sehr bekannt. Und die alte Kollegin denkt sich, oh Gott, ich schaffe es. Und da habe ich schon gesehen, das war Superman, oder? Oder Yes, I did it, oder so. Müssen wir uns nur überlegen. Genau. Da ist die Überlegung. Suchen Sie sich einen Superhelden, eine Superheldin aus, die Ihnen gefällt, oder? Bei mir ist es Wonder Woman. Dann stellen Sie sich hin. Stellen Sie sich vor, Sie sind Wonder Woman. Und das ist selbstverständlich. Ich kann auch Superman sein. Und Batman. Ich bin vieles. Holen Sie es her und Sie werden merken, es macht etwas mit Ihnen. Also so schräg es klingt, probieren Sie es einmal aus. Also was auch immer das sein sollte, was wir auch im Publikum schon gesehen haben. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wo Sie hinschauen könnten. Als eines der letzten Tools, die ich Ihnen vorstellen würde, wäre, nehmen Sie sich Zeit täglich und bilden Sie sich eine Stunde weiter. Ich weiß, wie viel Zeit ich liegen lasse während des Tages. Irgendwo geht sich eine Stunde locker aus. Also bei mir. Das heißt, entweder Sie schauen, dass Sie irgendwie ein bisschen weniger Netflixen oder weniger irgendwie Smartphone, Social Media oder was auch immer das ist. Und einfach eine Stunde am Tag investieren in sich selber, in Themen, die Sie interessieren und weiterbringen würden. Das ist, Sie können langsam starten, oder? Weil Lesen ist gerade, wenn man lange weg war aus dem Bildungsbereich, ist sicher voll anstrengend, oder? Dann starten Sie halt mit weniger und werden dann immer mehr. Wenn Sie eine Stunde lang in sich selber investieren und in Themen, die Sie interessieren, haben Sie innerhalb von einem Jahr zwei Wochen Lesezeit gewonnen. Das ist viel. Das heißt, schauen Sie, dass Sie es in kleinen Portionen aufteilen. Und starten Sie Schritt für Schritt, oder? Und wenn Sie etwas gut gemacht haben, halten Sie inne. Genau, klopfen Sie sich auf die Schulter. Hätscheln Sie sich. Belohnen Sie sich und feiern Sie sich. Und dann gehen Sie weiter. Und genießen Sie Ihr Leben. Schauen Sie einfach, dass Sie sich vielleicht drei von diesen Tools aussuchen, die ich Ihnen jetzt einmal kurz umrissen und vorgestellt habe. Schreiben Sie sich vielleicht die drei Tools auf. Oder schreiben Sie sich sie zu Hause auf. Und versuchen Sie diese in der nächsten Zeit umzusetzen. Und dann werden Sie sehen, Sie können ja versuchiert und sagen, nein, das hat mir jetzt doch nicht so gefallen, dann adaptiere ich es. Das sind ja nur Ideen. Und Sie dürfen wie anfangs eingeleitet, wie bei einem Buffet, zurücklegen tun wir nicht, weil, wissen Sie nicht, das geht nicht. Angehustet habe ich es auch noch. Aber Sie können einfach etwas Neues wieder wählen. Und dann schauen Sie, dass Sie sich etwas zusammenstellen, was Sie brauchen könnten. Sehr gut. In diesem Sinne freue ich mich total, dass Sie hier waren und auch super gut mitgearbeitet haben und mir die Arbeit hier erleichtert haben. Also vielen, vielen Dank auch dafür. So ohne ist es auch nicht. Und ich freue mich, wenn wir uns hier vielleicht wiedersehen, hier am BFI, in einer Ihrer Weiterbildungen. Super. Vielen, vielen Dank. Danke sehr. Danke sehr. Sehr gut. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020